Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Prüfungssimulation. Für alle, die noch nicht wissen, was sie bei der theoretischen Prüfung erwartet, rechts oben im Video verlinke ich euch das Einführungsvideo dazu, damit du weißt, wie die theoretische Prüfung abläuft. Falls du noch mehr Hilfe zur theoretischen Prüfung benötigst, verlinke ich dir oben auch noch einmal den Videokurs. Würde mich übrigens extrem freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalässt und den Kanal kostenlos abonnierst, damit du weiterhin wertvolle Videos für deine Theorieprüfung bekommst. Wo müssen sie besonders mit plötzlich auftretendem Nebel rechnen? In Moorgebieten, an Flussläufen, an Seen. Genau, das ist alles richtig. Überall da, wo Wasser ist bzw. Feuchtigkeit entstehen kann, entsteht natürlich auch Nebel, also dementsprechend ist alles richtig. Gut, Kind kommt von rechts. Warum müssen sie hier die Geschwindigkeit verringern? Wegen des Kindes. Genau, das steht momentan hinter dem blauen Auto. Da war die Qualität am Anfang ein bisschen schlecht, aber ich glaube zum Schluss hat man es ganz gut gesehen. Während der Fahrt in einem Tunnel bemerken sie ein Feuer in ihrem Fahrzeug. Das Verlassen des Tunnels ist nicht mehr möglich. Wie verhalten sie sich? Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und schalte die Warnblinkanlage ein. Das ist immer eine gute Idee. Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und lasse den Zündschlüssel stecken. Also da hat mich mal letztens einer gefragt, warum man denn den Zündschlüssel stecken lassen soll und der Grund ist, dass die Feuerwehr zum Beispiel das Auto dann eventuell noch wegfahren kann. Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und stelle den Motor ab. Ja, also das ist wieder alles richtig. Übrigens, was mich auch letztens einer gefragt hat bzw. die Frage bekomme ich immer und immer wieder, ob die Fragen, die ich jetzt gerade mache, exakt die Fragen sind, die auch in der Prüfung dran kommen. Also ja, es sind natürlich genau die Fragen, aber das sind in dem Fall die 30 Fragen von dieser Prüfungssimulation. Also in der Prüfung können natürlich 1000, also es kommen 30 Fragen dran von 1112. Das müssen jetzt nicht exakt die sein, die ich heute mache oder gestern gemacht habe oder ich übermorgen machen werde, aber auf jeden Fall von diesen 1112 Fragen kommen 30 Stück dran und die habe ich ja schon alle für euch verfilmt. Und für die Leute, die sich die Fragen nicht merken können, Probleme damit haben und die Theorieprüfung vielleicht schon zum dritten oder vierten Mal machen, für die habe ich den Videokurs gemacht. Der ist so aufgebaut, dass ich ein Thema erkläre und von diesem Thema dann die Fragen ableite. Also, dass du dann die Fragen nicht auswendig lernen musst, sondern die Fragen verstehst. Wie verhalten sie sich in dieser Situation? Gut, also es geht um den Radfahrer. Du wirst den Radfahrer, denkst ja so, ja, du möchtest ihn gerne überholen. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, da du zum Überholen über die durchgezogene Linie fahren müsstest und das darfst du ja nicht und dementsprechend... Ich bleibe hinter dem Radfahrer. Bleiben wir hinter dem Radfahrer. Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Sehr gut, das ist ein... Warnblinklicht an. Ein Schulbus sieht man hier an diesem Symbol und hier oben nochmal. Er hat Warnblinklicht an und er steht an einer Haltestelle. Das bedeutet, dass der entgegenkommende Verkehr, aber auch der in derselben Fahrtrichtung nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren darf. Alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren. Alle Fahrzeuge, die entgegenkommen. Genau, also beides richtig. Man muss bedenken, da rennen eventuell Leute über die Straße und um den Anhalteweg möglichst kurz zu halten, dürfen natürlich beide nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Welche Mittel können die Fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol? Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel. Eine Tasse Kaffee, eine Tasse Tee. Puh, also Alkohol macht ja wahrscheinlich eher müde. Dementsprechend Medikamente... Nein, eher nicht. Also ich denke, das werden nur Medikamente sein. Wodurch kann eine gefährliche Situation entstehen? Durch nicht angepasste Geschwindigkeit. Durch eingeschaltete Beleuchtung am Tage. Durch liegen gebliebene Fahrzeuge. Das ist die Geschwindigkeit und liegen gebliebene Fahrzeuge. In Österreich ist es ja auch so, dass zu gewissen Jahreszeiten du unbedingt mit Licht fahren musst, also mit Abblendlicht. Warum ist bereits der einmalige Konsum von Drogen für die Teilnahme am Straßenverkehr gefährlich? Weil er Wahrnehmungsstörungen verursachen kann. Weil er zur Fahruntüchtigkeit führen kann. Weil er einen mehrstündigen Rausch verursachen kann. Ja, ist alles richtig. Wo dürfen sie in Fahrtrichtung links parken? Gute Frage. Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind. Richtig. Also normalerweise darfst du ja nur in Fahrtrichtung rechts parken. Das gilt nicht, wenn rechts Schienen verlegt sind oder in einer Einbahnstraße. Wo rechtes Parken verboten ist, da darfst du halt nicht parken. Fertig. Aber du darfst deswegen nicht auf der linken Straßenseite parken. Also nur in Einbahnstraßen und wenn rechts Schienen verlegt sind. Welchen Fahrzeugen müssen sie das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen ermöglichen? Das sind Schul- und Linienbusse. Taxen nicht. Die haben da keine Sonderrechte. Die dürfen zwar in zweiter Reihe parken erhalten, um Leute an und aussteigen zu lassen. Aber bei Schul- und Linienbussen, wenn die links blinken, dann muss sie rausfahren lassen. Beziehungsweise wenn sie versuchen loszufahren. Wo ist das Überholen verboten? An Bus-Sonderfahrstreifen. Quatsch. An Fußgängerüberwegen. Ja, richtig. An unübersichtlichen Straßenstellen. Auch richtig. Also was das erste soll, das hat absolut nichts damit zu tun. Aber wenn man es nicht weiß, dann klingt das natürlich schon ganz gut. Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. Wie müssen sie sich im Regelfall verhalten? Sie biegen voreinander ab. Sie fahren einen weiten Bogen und biegen hintereinander ab. Das ist eine Frage, die wird normalerweise in der Theorie richtig beantwortet. Aber in der Praxis haben die Leute dann extreme Probleme damit. Also natürlich wird voreinander abgebogen. Wobei früher war das in Deutschland angeblich anders. Da sind die Fahrzeuge in die Kreuzung eingefahren und sind hintereinander abgebogen. Aber du musst dir mal vorstellen, wenn es mehr als zwei Fahrzeuge sind, also sprich, hinter dir steht noch einer und noch einer und noch einer und im Gegenverkehr genau dasselbe, wie soll denn das funktionieren? Da ist natürlich voreinander wesentlich besser. An einem Bahnübergang schwenkt ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne. Was bedeutet dies? Sie müssen vor dem Bahnübergang warten. Genau. Also egal, was der Bahnbediensteter macht, ob du mit der Fahne wedelt oder mit dem Licht leuchtet oder pfeift oder sowas, du bleibst einfach immer vor dem Bahnübergang stehen. Sie dürfen die Gleise vorsichtig überqueren. Die Fahne hat nur Bedeutung für den Lokführer. Nein. Sie nähern sich einem Linienbus, der an einer Haltestelle angehalten hat. Worauf müssen sie beim Vorbeifahren achten? Auf ausreichenden Seitenabstand. Das ist immer gut. Auf Personen, die sich auf der Fahrbahn befinden. Ja. Auf meine Geschwindigkeit. Ja. Und selbst wenn er kein Warnblinklicht anhat, die Geschwindigkeit anpassen, damit, falls einer mit der Straße rennt, du noch anhalten kannst. Wie können sie Kraftstoff sparen? Indem ich ganzjährig mit Winterreifen fahre. Im Gegenteil, das liegt ja auch an der Gummimischung, habe ich auch schon mal erklärt. Indem ich vorausschauend fahre. Ja. Indem ich entbehrliche Dachaufbauten entferne. Ja. Also mit vorausschauender Fahrweise kannst du den meisten Kraftstoff sparen. Und Dachaufbauten zu entfernen ist natürlich auch gut, da du weniger Luftwiderstand hast. Welches Verhalten ist richtig? Du hast ein Vorfahrtgewehren. Der Motorradfahrer befindet sich auf der Vorfahrtstraße. Und rechts neben dir hat auch einer ein Vorfahrtgewehren. Dementsprechend darf der von rechts dann vor uns fahren und der Motorradfahrer vor uns und der Motorradfahrer als erstes fahren. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Das musst du. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. Das musst du auch. Ich darf vor dem Radfahrer fahren. Das ist Quatsch. Also noch mal ganz kurz zum erklären, weil ich weiß, viele Leute haben Probleme mit der Vorfahrt. Der Motorradfahrer ist auf einer abknickenden Vorfahrtstraße. Das siehst du hier unter dem Zusatzzeichen, äh unter dem Vorfahrtgewehren im Zusatzzeichen. Die dicke Linie ist die Vorfahrtstraße. Dementsprechend, wenn der Motorradfahrer der Vorfahrtstraße folgt, was er hier tut, hat der Motorradfahrer Vorfahrt. Wir haben ein Vorfahrtgewehren. Wir sind nicht auf der Vorfahrtstraße. Und der Radfahrer rechts neben uns, der ist auch nicht auf der Vorfahrtstraße, hat aber auch ein Vorfahrtgewehren. Das sehen wir hier an der Form. Und wenn wir zwei gleiche Verkehrszeichen haben, dann heben die sich auf und es gilt wieder die Regel rechts vor links. Also sprich, der Motorradfahrer darf als erstes, dann der Radfahrer und als letztes wir. An welchen Stellen ohne Vorfahrtregeln der Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? An Straßenkreuzungen und Einmündungen. Wo Feld- oder Waldwege in eine andere Straße münden? Nein, da gilt die Regel rechts vor links nicht. Also nicht an Feld- und Waldwegen, nicht über einen abgesenkten Bordstein hinweg. An Einmündungen mit abgesenktem Bordstein. Und wenn du aus einem verkehrsberuhigten Bereich oder aus einer Fußgängerzone rauskommst, dann auch nicht. Also in dem Fall ist nur Antwort A richtig. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir wollen links abbiegen. Wenn wir uns die Straße links anschauen, dann sehen wir allerdings, dass da die Müllabfuhr steht, die uns den Weg versperrt. Nichtsdestotrotz sind wir ja Abbieger und deswegen müssen wir den Radfahrer, der geradeaus durchfährt, durchfahren lassen. Und jetzt sehen wir schon, wenn wir nach dem Radfahrer abbiegen würden, das würde uns nicht viel bringen. Dann würden wir wahrscheinlich dem Grünen sogar die Weiterfahrt verwehren. Und deswegen schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfen. Genau, das tust du. Und zwar aus Gründen der Müllabfuhr. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen. Das musst du tun, denn du bist Abbieger. Ich darf vor der Radfahrerin links abbiegen. Nein, das darfst du nicht. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Also Gefahrenzeichen. Rot mit der Spitze nach oben. Mit Baumaterial auf der Fahrbahn. Genau. Es warnt sich vor einer Baustelle, dementsprechend auch vor Baumaterial. Mit Verkehr von Baustellenfahrzeugen. Richtig. Mit Arbeitern auf der Fahrbahn. Auch richtig. Sie nähern sich folgender Verkehrszeichenkombination. Beim Einfahren in den Kreis muss geblinkt werden. Es darf nicht geblinkt werden, wenn du in den Kreis Verkehr einfährst. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden. Wenn du rausfährst, musst du blinken. Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt. Genau. Wenn du im Kreis Verkehr fährst und im Kreis dich befindest, dann hast du Vorfahrt. Aber nur in Verbindung mit dieser Verkehrszeichenkombination. Nicht zu verwechseln mit einem sogenannten kreisförmigen Verkehr. Da fehlt das untere Zeichen dann. Das ist zwar eine Kreuzung. In der Mitte ist eventuell auch ein Baum oder Blumen oder sowas. Aber es ist kein Kreisverkehr, weil das untere Schild fehlt. Und dann ist die Regel rechts vor links. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wann müssen Sie Abblendlicht einschalten? Bei Dunkelheit? Während der Dämmerung? Beim Durchfahren eines Tunnels? Ja, richtig, richtig, richtig. Also immer wenn es ein bisschen dunkel wird. Auf welchen Straßen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde? Gute Frage. Auf Autobahnen, das wissen wir ja schon. Auf Kraftfahrstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung. Und das ist auch richtig. Also grundsätzlich darf ich ja außerorts nur 100 km h fahren. Ich darf aber auch schneller fahren, beziehungsweise die Richtgeschwindigkeit von 130 gilt auch, wenn diese Straßen mehr als zwei Fahrstreifen für jede Richtung haben oder eine bauliche Trennung. Also sprich zum Beispiel eine Leitplanke oder eine Mauer oder Bäume oder irgendwas. Auf Kraftfahrstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede Richtung. Genau, das war das andere, was ich gesagt habe. Also entweder eine Trennung zwischen den beiden Fahrbahnen oder mehr als eine Fahrbahn für jede Richtung. Welche Funktion übernimmt eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage bei Kraftfahrzeugen? Das System bremst selbstständig, wenn das vorausfahrende Fahrzeug langsamer fährt. Ja, und wichtig ist hier das Wort adaptiv. Es gibt ja eine normale Geschwindigkeitsregelanlage, also ein Tempomat. Und wenn der Vordermann bremst, dann fährst du ihn trotzdem drauf, wenn du nichts dagegen unternimmst. Und die adaptive, die regelt auch dann runter, wenn der Vordermann langsamer wird. Das System stellt den Abstand automatisch auf den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ein. Nein, es stellt den Abstand nicht automatisch ein. Du musst das selber einstellen. Das System beschleunigt selbstständig bis zu einer vorher eingestellten Geschwindigkeit. Ja, der adaptive kann das. Da kommt ein Auto von hinten, relativ schnell. Wir bleiben natürlich ruhig. Alles gut. Und du kannst zum Beispiel jetzt schon den Blinker rechts setzen, um den Hintermann zu zeigen, ja, ich habe dich gesehen. Wartest natürlich aber so lange, bis du den grünen überholt hast, beziehungsweise bis du den grünen komplett im Innenspiegel sehen kannst. Und dann kannst du auch den rechten Fahrstreifen wechseln. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich überhole den grünen Pkw und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen. Ich überhole den weißen Transporter und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen. Nein, da wäre auch viel zu wenig Platz. Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand herzu. Ach Quatsch, komm, hör auf. Wozu neigt ein Pkw mit Vorderradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt? Gute Frage. Bei Vorderradantrieb werden ja die vorderen Reifen angetrieben und dementsprechend da lenkst du und beschleunigst sozusagen. Und der neigt dann zum Untersteuern. Das heißt, das Fahrzeug treibt über die Vorderräder. Er neigt dazu, vorne auszubrechen. Ja, das nennt man Untersteuern, genau. Er neigt dazu, hinten auszubrechen. Nein, das wäre übersteuern und eher bei Fahrzeugen mit Hinterradantrieb. Ja, die haben das eher. Er neigt zum Übersteuern. Genau, und Übersteuern wäre, wie gesagt, wenn der hinten ausbricht, nicht vorne. Warum wirkt sich umweltschonendes Fahren im Allgemeinen auch auf die Verkehrssicherheit günstig aus? Weil beim umweltschonenden Fahren hohe Geschwindigkeiten vermieden werden, sodass gefährliche Situationen seltener auftreten. Also laut Prüfungsfragen ist das, soweit ich weiß, richtig. Weil dabei vorausschauend gefahren wird, sodass etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb besonders gut vermieden werden können. Das ist gut und auch richtig, ja. Weil beim Fahren mit alternativen Kraftstoffen nur langsam gefahren werden kann. Quatsch. Wie schnell dürfen Sie mit einem PKW außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren? Mit einem Fahrstreifen für jede Richtung. Da waren es 100 kmh. Okay, ganz normal außerorts eine Landstraße zum Beispiel. Das ist ein Irrglaube. Manche denken so, wenn der Anhänger hinten schlingert, dann gebe ich einfach Gas, dann streckt sich der Zug. Aber da schaukelt sich der einfach noch weiter auf, bis das Ding dann richtig aus der Bahn gerät. Mit gleichbleibender Geschwindigkeit den Schlaglöchern ausweichen. Witzig, das will ich mal sehen. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Rund und rot ist Verbot. Auf eine Fahrbahn von 2 m Breite. Auf einen vorgeschriebenen Seitenabstand von mindestens 2 m zu anderen Fahrzeugen. Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 m überschreitet. Genau, es ist ein Verbot. Rund und rot ist Verbot. Was können Sie am Reifen kontrollieren? Das Alter des Reifens. Das Alter, genau, habe ich auch schon mal in dem Video Thema Reifen erklärt. Die gleichmäßige Abnutzung des Profils. Ja, auch wichtig. Die Profiltiefe. Auch wichtig. Rechts oben verlinke ich dir übrigens immer die Videos zu den passenden Fragen. Gut, haben wir es durch. Perfekt. Dann gehen wir gleich ab. Schon mal bestanden haben. Und wieder mit null Fehlerpunkten. Das geht ja hier ratzfatz. Sehr schön. Also, falls das Video gefallen hat und geholfen hat, bitte einen Daumen nach oben da lassen. Und wer es noch nicht gemacht hat, über ein Abo würde ich mich extrem freuen. Ansonsten könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, zu welchen Fragen ihr noch mehr Erklärungsbedarf, also welche Fragen ihr noch genauer erklärt haben möchtet. Und ich verlinke euch meinen Instagram-Account. Da könnt ihr mir auch dann die Fragen schicken. Ich mache irgendwann mal so ein Video zusammen mit den Fragen, die ihr mir geschickt habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.